Moin, 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 moin. Was geht ab, Leute? Wir gehen rein in LS24. Wir helfen kurz dem Miller ein bisschen aus mit ein bisschen Gelage, damit wir nachher gleich vorschauen können, um wieder Rasen zu ernten. LS24? Habe ich 24 gesagt? 22? Ja, ich sage immer 24. Lol. So. Quats, aufs Helfen. Nur ein bisschen. Dauert nicht lange. Zwei Stunden. Nee, nicht andersweise. Ach, Quatsch. Da hinten sehe ich dich schon. Uhu. So. Was mache ich denn hier? Ich wollte selber knödeln. Ja. Wollte gerade knödeln. Wollte gerade runter machen, um Ballen zu machen. Aber dann habe ich ja wieder gemerkt, ach ja, Silage. Hm. So. Goll. So. Äh. So. Abwickeln. Uwe So schmeißt er das ja nicht automatisch ab. Das hab ich doch eingestellt. Muss ich das jedes Mal machen, wenn ich mich einlocke? Eigentlich sollte er sich das doch merken. Was denn? Dass er sie automatisch abwirft. Nee, nee, muss immer Y drücken. Böööö, nervtötend. Boah, hier muss ich aber nachher nochmal mit dem Schwader drüber. Das sind auch Flecken von der letzten Saison. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn der Eimer quer ist, ne? ZDF, 2020 Nimm doch das blöde Teil! Du musst halt direkt da ins Schwarze reinfahren, ne? Ja, ja, ja Ey, Mann Sei doch nicht so doof Nimm das Ding an, meine Fresse Ja? Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Nein Heißgerät Nimm 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 Vielen Dank. 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 Kann ich da alles rumdrücken, aber hier auf dem Server funktioniert es irgendwie nicht. Erkennt er ihn nicht. Weiß ich nicht, woran das liegt. Ob man das Server so einstellen muss. Kannst du das bei Steam einstellen? Nee, 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 nee. Mal testen, ich muss ich mal testen, ich muss ich mal testen, den Rest, den Rest, den Rest mache ich ja mit Tastatur, weißt du? muss auch noch andere gerätschaften geben um gras machen zu können weil der immer hier hin und her eiert irgendwie weitere achsen oder sowas oder das sind ja schon die größten hier zwei meter 20 na ja ich meine zu achsen müsse dass man die achsen breiter macht so ich sehe auch nicht warum das gras nicht verschwindet vom vorigen ente ernte weil das schon getrocknet ist ja aber das kannst du dich mal eigentlich relatieren bzw nicht kombinieren ich komme nicht verschwindet und so irgendwann mal weg sein das weiß ich nicht vielleicht im winter irgendwann mal na gut wir haben winter so Ich bin so froh, dass man diese Folie nicht bezahlen muss. Die wäre bestimmt richtig teuer. Oder nachfüllen müsste immer separat. Das wäre so kacke. Einfach unendlich Folie. Das ist eigentlich schon doof, ne? Eigentlich dumm, ja. Müsste man eigentlich am Händler mehr kaufen und nachfüllen, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bernd, aus dem Weg. Ah, der ist ein Mähdrescher gefahren. Reingeflogen. Ach, Bernd, Mensch. Ich weiß nicht, dass Bernd war. Äh, warte. Ja, der läuft normal. Kann auch eurer sein. Unser macht ja irgendwie so einen Doppelschritt. Bisschen verpackt, glaube ich. Ach, komm, das machst du doch absichtlich. Unter vom Feld jetzt. Bisschen verpackt, glaube ich. Bisschen verpackt, glaube ich. Bisschen verpackt, glaube ich. Nee. Was ist? Eine Stelle ausgelassen. Das geht mal andauernd. Weil ich immer maximal Breite fahren will. Äh, mach das nicht. Wenn du da ein drüber bist, ist er voll okay. Ey, der Hund, der macht das absichtlich. Ich sag's dir so, wie es ist. Vielleicht hast du kein Fressen? Der läuft hier... Der läuft hier... Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab ihn aber schon einmal geführt. Der soll ja nicht fett werden. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich hab ihn... Und dann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ah, ein paar Wälder liegen hier, ne? Junge... 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 Hier liegt noch so viel, Alter. Aber es reicht nicht mehr für Ganzen. Nee, aber das muss ja weg. Das liegt ja noch bei der nächsten Ernte. Bei uns war das Problem nicht. Nur außen. Außerhalb. War das Problem. Ja, deswegen sag ich ja, da muss man mal gucken. Oh, ich bring weg. Ja, mach das. Ciao. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, wie füttert man jetzt die Viecher? Wir haben noch Nahrung. 731 Liter. Achso, okay. Reicht doch, bis sie bei mir da sind. Wer will spulen vor? Achso. Ja. Bei den Schafen sind es 11.500 Liter. Bei den Schafen reicht's. Aber bei den Brüdern weiß ich nicht genau. Sie sagten, man kann es mit der Hand nehmen, so einen Sack und hier reintun. Aber wo zum Teufel ist das Futter? Ja, das ist so ein Sack, da ist ein Huhn drauf. Warum haben die hier kalt stehen? Das brauchen wir doch gar nicht. Das brauchen wir doch gar nicht. Lass ruhig. Ich mach das morgen. Nee, wir machen das nicht morgen. Hä? Wir wollen jetzt vorspulen. Steffi, du musst jetzt kommen. Du hast versprochen, dass du heute kommst. Die Tiere müssen gefüttert werden. Also hier sind keine Säcke. In den Sack. Ah, hier ist ein Sack. Hä? Toll. Tür auf. Was ist das? Schau, Mann. Erfolg im Stahl. Hä? Ich drück da doch gar nicht, Mann. Ich bin nicht mal in der Nähe des Tores. Keine Ahnung. Da werden die Hühner halt verhungern. Weil ich spure jetzt vor. Aber 700 Liter, das werden Hühner ja nicht fressen, die 30 Hühner, die da sind. Oder? Überleg mal, wie viele Badewannen das sind. Hier ist, hier ist auch nirgendwo, hier ist nirgendwo sowas. Willst du den Weizen nicht düngen? Ja, eigentlich schon. Bühner den Sack fü- Butter steht am Stall. Und dann einfach anheben mit dem Gabelstab. Nee. Was für'n Stall. Gabelstapler fahren kann ich nicht. Das gucke ich mir gerne an. Nein. Das ist wieder ein Clip wert. Hier ist der Stall. Wo ist hier ein Sack? Meinst du die Säcke hier oder was? Nee. Muss so'n großer Sack sein. Hier ist kein Sack. Oder ist der unten? Am Hühnerstall, da ist nix. Ach, am Hühnerstall. Doch, hier steht er doch. Hier musst du anheben. Ach, dieser Sack. Dieser Sack hier. Aber da, das ist doch das Vorteil, das hier. Muss das hier rein? Okay, warte mal. Das musst du nur anheben. Okay. 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 Ich seh nix. Und das musst du dann hier hin packen, wahrscheinlich. Nee, das musst du bloß anheben. Das reicht, ja? Ich seh nix. Nur anheben. Ich seh nix. Runter. Tiefer. Tiefer. Bisschen nach vorne biegen. Ich seh nix. Auf der Stelle einfach anheben. Ja. Toll. Was ist mit den Schafen? Zählt der Ballen, der da drauf steht, auch? Tiefer. Ja. Und ein Stückchen höher. Genau. Tiefer. Stopp. Und vorne. Jetzt. Jetzt hast du's. Ja, jetzt fließt es. Ja, aber nicht so viel. Gehen hier bloß 750 Liter rein? Kann das sein? Weil, weil mehr fließt nicht raus. Fahr mal ein Stück rückwärts. Lass sie doch so stehen. Wenn sie fressen wollen, dann kippt davon alleine, oder? Da gibt's einen, ja. Ja. Gut, dann schwung mir mal vor. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Nein, wir haben kein Geld ausgegeben. Doch, äh, ich hab ein bisschen, äh, Terraforming gemacht. Also, ich glaub, 2.000, 3.000 sind weg. Aber ansonsten nichts gekauft. Was ist das? Naja, den Gras oder so setzen beim Stall. Und, 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 äh, da wo der, äh, Pferde, 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 Kuhstall war, hab ich, hab ich, äh, Kies verlegt. 700 Liter, das sinkt ja kaum. Ist ja alles easy hier. Für euch. Gras haben sie, immer noch 4.200. Und insgesamt Nahrung, 11.500. Gesundheit, 100%. Ich glaub, ich muss mal kurz einsteigen, ne? Ja. Das hat er nachgefüllt. Ja, 700 Liter scheint Maximum zu sein. Mehr kannst du hier gar nicht hinstellen. So, jetzt wird's langsam wieder hell. Der Mond geht unter. Ah, Tikeriki, wie süß. Der Hahn Tikeritit. Am Morgen. Das, das find ich cool, dass er das macht. Wieso liegt schon wieder Schnee? Nee, ich dachte, Schnee wird nicht mehr liegen. Hatten wir das nicht ausgestellt? Oh. Nahrung, 725. Gesundheit, 100%. Das soll so bleiben, an. Okay. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen störend, jetzt noch einen Rasen mähen. Mal gucken, wie weit der Rasen ist. Erntereif. Sehr gut. Okay. Vermeid. cold. Sehr gut. Super. Undy, Jahrhurt. Wir sind die Röderin. Sie haben aktiviert. Das ist nicht so bleiben, was wir, also haben wir, also sagen, Und und die Röderin, du hast du meinst, Achso, falsche. Komm nach hinten. 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 Das finde ich auch ein bisschen schlecht, wenn ich nachher nicht mehr sehe, wo ich in einer Rasen gemäht habe. So, deine Solage müsste fertig sein. Die kannst du jetzt verkaufen fahren. Da ist er jetzt einen Tag um, also einen Monat. Ich glaube, na okay, guck mal. Kann ja mal gucken gehen. 71% gegärt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, das muss 100 sein. Das letzte Mal hatten wir auch 75 verkauft. Nee, haben wir nicht. Haben 40.000 bekommen. Ja, das ist auch nicht viel. Und noch ein Stück vorspulen? Lieber nach den Hühnern oder so. Hab ich schon. Hab ich schon. Ich kann das da schon alles hinstellen, ja. Aber hinten tue ich das noch nicht. Also, verkaufen. Oh, nee, nee. Jetzt ist wirklich alles voller Schnee. Nee, das stelle ich aus. Oh, ey. Wie das nachbackt. Schnee aus. Hab ich. Hab ausgemacht. Nee, ich meine der Schnee. Wie das backt. Alter. Ich hab das Schnee ausgemacht. Es sollte gleich wieder verschwinden, hoffe ich. Ja, ist weg. So, guck mal jetzt nach. Sollte jetzt schneller. Sollte jetzt weiter sein. 5.70. Ach so, eher 96. Ja, das reicht doch, oder? Nee, das muss 100 sein. Naja, wir haben auch nicht bei 100 verkauft. Aber ja, Robert, ich bin nicht ihr. Dann guck nach. Ich schwul gerade vor. Ich will 100% Ertrag. 98. Ja, jetzt. Ja. Nee. Oder? Ja, doch. Ist das ein Bett? Wie? Ist das ein Bett? Das ist ein Solageballen. Ein Bett drin. Ein Bett. Cool. Ja, manche benutzen das als Bett. Zum Beispiel, zum Beispiel der König von Mallorca. Ein Bett in Kornfeld. Ist doch kein Kornfeld. Ja, ist ja fast dasselbe. Roy. Ist er bereit? Oh. Hallo, Roy. Wo siehst du das? Du bist ja clever. Ja, das ist ganz död. Verlesen. Und noch hier auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt Lisa oder so, die hinterher kommen kann? Ja, wir machen jeder unser eigenes Feld. Ich habe ihnen schon eben bei Solage geholfen. Dann sind wir wieder quitt, weil er das letzte Mal uns auch geholfen hat. Aber wir müssen auch einmal an uns denken. Ja, aber ihr habt versprochen, ihr kommt heute. Ihr wolltet eigentlich schon um 13 Uhr kommen. Und ich warte hier schon seit zwei Stunden. Ich habe gekotzt. Oh, WhatsApp. Zeigst du da jetzt, wie sie gekotzt hat? Nein, das nicht. Wahrscheinlich hast du das gesagt. Vielleicht hast du das geschrieben. Das ist schlecht. Das ist nicht so schön, ne. Also muss ich das hier jetzt alleine machen. Kommt jetzt keiner. Lisa hat aber nicht gekotzt. Die könnte vielleicht kommen. Oder macht sie dich, äh, legt sie dich. Kommt, gehen die heute noch? Ja, er will ja auch für sein eigenes Geld, äh, eigenen Hof verdienen. Ja, wir haben ja zwei Höfe jetzt. Ich kann ja nicht verlangen, dass er mir hinterherkommt. Das ist doch Quatsch. Ist der Preis überhaupt für Silage? Naja, fast immer gleich. Immer Daumen, so 40.000 pro Anhänger. Es ist hochgegangen, okay. Und jetzt kommt raus. Musik Haupe, ich kann ja nicht verlangen. Musik Haupe, ich kann ja nicht verlangen, aber noch nicht verlangen. Säne, ich kann ja nicht verlangen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 du kannst das gehen wirklich auf 100 prozent laufen lassen aber trotzdem kannst du nicht komplett weit gucken nee das geht nicht das ist voll komisch ja voll dämlich gemacht ja leider du hast immer so ein schleier irgendwie immer so einen strich der der abschnitt den beendet ja so ein schank so quasi die heubein spawn auch irgendwann einfach random aus der entfernung ist mit dem licht genauso hier steht ja so ein großer fluter den ich dahingestellt habe für die felder damit man weiß wo der eingang da ist aber das ist auch nur bei euch ist ja komplett der hof beleuchtet weil das alles so ein fleck ist aber das fällt oder das leuchtet echt wenig aus und ich habe auch keine lust das komplette fällt hier mit strahlern voll zu ballern von alleine wegen nähen und sowieso ja so 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 ja ich habe keine ahnung wie alt dieser nachbar ist ich weiß bloß dass er eine geistige einschränkung hat und dass er auf gar keinen fall aus dieser wohnung verwiesen werden darf das weiß ich nur das soll die bgs wohl den nachbarn da drüben gesagt haben dass dass sie nichts dagegen tun können gar nichts so und ich muss das auch einfach akzeptieren ist einfach so und ich bin einfach aufgang daneben und höre das aber es gibt auch irgendwann irgendwann ist auch mal gut weißt du ja ich weiß was du meinst weil es gibt leute die müssen arbeiten und wenn die die ganze noch nicht kennen können äh wo der schichtarbeit ja denn dann haut das nicht hin da hat das auch schon mal mitten in der nacht gemacht so zwei uhr nachts und und wenn da was ich acht parteien sich beschweren das reicht nicht ja ich meine jetzt nun mal die arbeitstätig sind und dann sagen entweder es ändert sich da was oder wir ziehen hier alle aus ja dann glaube ich nicht dass die wohnungesellschaft sagt da können wir nichts machen das sind halt ein paar tausend euro die durch den lappen gehen ja aber ich glaube das ist denen egal weil die lage hier ist super die würden sofort wieder neu bezug bekommen bist du bist die merken dass es 18 uhr wird ja dass er sich wegen irgendeine kleinigkeiten fernseher der irgendwie zu laut ist das hört er dann fängt er sofort an zu bullern ehrlich ja klar ein kleines aggressionsproblem der junge ja aber was kann es nichts gegen tun ja ja ich habe auch schon ist er denn selbstständig oder ich weiß es nicht ich weiß dass das ist das ist ja das lustige ich weiß nicht mal wie er aussieht ich weiß ja mal ganz darauf an ob das ein pflegefall ist ja mit sicherheit ist er das sogar aber er kann auf jeden fall noch alleine wohnen anscheinend dafür ist er doch in der lage solange er die bude nicht anzündet ja also ja wenn es so schwierig der fall ist dann sollte man den auch eigentlich nicht alleine lassen ja ja aber du kennst doch die deutsche gesetzeslage ja brauche ich es dann nur wenn die eigenen kinder sich nicht kümmern ja ja ich habe keine ahnung wie gesagt ich habe ihn noch nie gesehen ich weiß ich weiß auch nicht mal in welchem stock er wohnt das weiß ich gar nicht ich weiß was von hören und sagen was was da aktuell die lage war dass die polizei schon mehrfach gekommen ist und nichts getan werden kann naja irgendwann kann man da schon was machen wenn das zu oft wird ja zwischendurch war er weg er war irgendwie sechs wochen sechs wochen kam gar nichts also ich denke mal kann sein dass der auf therapie war genau ja das ist natürlich nicht schön so und so ist ja klar was hat er denn auch nichts damit zu tun dass es die dass das man diskriminierend ist oder so das hat was mit ruhe störung zu tun mit ja mit der ruhe und hier und da und du wohnst zwölf jahre irgendwo und auf einmal naja der muss ja auch dann ja ja er muss ja auch gerade erst von jahr hier eingezogen sein weil vorher hat er auch nicht vorher hat er das auch nicht gemacht also zumindest wenn er da gewohnt hatte und hatte es vorher nicht gemacht ja ich denke mal der ist hier eingezogen frisch letztes jahr aber man muss halt einen punkt finden wo beide parteien zufrieden sind ja zum beispiel einfach nicht mehr gegen die band bollern ja genau man könnte man betreuer oder was auch immer eventuell er hat muss ich das einfach mal sagen ja wahrscheinlich wurde ihnen das auch schon gesagt mit sicherheit da bin ich mir ziemlich sicher dass sie das schon gesagt wurde so oft wie sich schon beschwert wurde und ich denke dass sich jeder an richtlinien halten muss ja klar ist es egal ob du eine behinderung hast oder nicht ruhestörung ist ruhestörung naja na klar toleriert man das aber ist auch irgendwann mal gut weißt du ja verstehe das aber es ist schon krass dass Oma das sogar gehört Oma ist schwerhörig ist das bei ihrem aufgang nein auch nachbaraufgang die ist genau in der mitte er ist genau in der mitte ey was macht der denn da mit was haut er denn da gegen die Wände ja also Gipskartonwände im Badezimmer haut er wahrscheinlich gegen oder in der Küche oder Küche ja möglich das ist das ist ich würde ja ausflippen wenn er da in dem aufgang wohnen würde ja ja ich weiß ja sei froh dass du das nicht hast was vielleicht hat er Tourette dafür kann er dann auch nichts ja das sagen wir ja auch wir sagen das ja auch die ganze zeit dass wir seine krankheit akzeptieren das ist ja so es ist bloß so irgendwann muss man auch mal was machen ja ein punkt für beide parteien genau sie diskriminieren hier gar keinen ja das ist richtig das ist nur eine normale diskussion genau und es gibt wo ich gehört habe im Nachbaraufgang auch die Schichtarbeit machen manchmal sogar Nachtschicht oh ich würde ja am helllichten Tag wo sie die schlafen von 7 Uhr morgens bis nachmittags um 3 und da kannst du dir vorstellen das ist die Hochzeit wo er Bullert das ist furchtbar ja den Mietminderung beantragen wollte nur mitreden alles gut Steppi alles gut ich habe das schon verstanden ich wollte es nur ich habe es nur nochmal nochmal angesprochen für den Stream dass hier keiner irgendwie ausgegrenzt wird oder so gar keinen Fall ganz ruhig ja sehr schwieriger Fall aber gut ich glaube ich glaube aber noch schwieriger wäre es wenn du ein Haus voller Kinder hast und da zieht ein Pädophiler ein ja ich glaube denn hast du ein Hauptgewinn ja das ist kacke aber ich glaube ich glaube dagegen tun die auch was ja die wollen kein Zeugnis von dir sehen ob du Straftäter bist oder nicht oder Verurteilter irgendwas die sehen ja du kannst bezahlen okay du hast Arbeit gut ja hier hast die gucken nicht ob du ein Strafregister hast oder so oder so ja gut da handelt jeder Vermieter unterschiedlich muss man sagen wenn das jemanden stört mit Kindern auf jeden Fall somal hier ja auch gleich gegenüber der Kindergarten ist Robert du weißt was ich gerade gesagt habe ja das ist okay dann hast du den Hauptgewinn denn lieber einer der Bullet anstatt den nicht anzuhaben ja das stimmt wenn er auffällig wird kann man es melden ja das ist zu korrekt ja aber darum geht es ja nicht ne ich weiß man hat immer Angst ja und wieso muss erst was aufwollen ja okay er hat ja vielleicht seine Strafe abgebüßt aber meine Meinung kennt er sowieso jeder aber das brauche ich jetzt hier nicht äußern hm ich glaube ein Dreieck gemalt nein im Rasen ja das ist richtig ja das ist richtig ja das ist richtig ja das ist korrekt ja das ist korrekt bekommen wir aber lassen wir uns Thema beenden ich würde das aber auch gut finden wenn Vermieter in Führungsholten es sehen wollen einige machen das ja nicht immer nur Kontoauszug aha ja du bist zahlungsfähig gut darum geht es nicht einige machen das tatsächlich ja ja das so gut so ja aber weil wahrscheinlich die ganzen privaten ja von der Hänger umgekippt geil Dara ja Dara Ja Dara 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, irgendwann schon. Du kriegst weniger, wenn du mehr verkaufst. Das ist aber normal. Das ist Angebot und Nachfrage. Irgendwann hat er Überfluss, weißt du? Das ist aber, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst. Das ist aber, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst. Das ist aber, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst. Das ist aber, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst. Das ist aber, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst. Ja, das ist aber, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst, wenn du mehr verkaufst. 36 prozent das ist schon ganz schön kaputt 31 prozent hinten ja ich gehe dann halt abspritzen was soll's wer kaputt ist er jetzt schon aber und überall gegen machen und so dass dadurch geht er hat auch kaputt also wie jetzt voll gegen gefahren in den kärcher oh ja so sauber zufrieden hier ist es nicht mein medik ich habe das war damals gekauft aber nicht meins meinte cheffi also wir haben ja das ganz große medik es ist unser becky ja das weiß nicht so wissen wir doch ja das war laut falsch falsch rumgemacht muss erst vorne abkoppeln oh bernst du machst das jetzt nicht verschwinde ist es wirklich bernst ja das ist ja man sieht es am gang bevor der hinke fuß ja nee er läuft doppelt ich weiß nicht warum verschwinde jetzt bernst so welches gerät baue jetzt das hier ne große grüne so 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 Bambamamba Yippie-yay, das ist ein Backe Oh, so weit Wenn möglich, bitte wenden Bambamamba 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 Wird irgendwie nicht weniger bei dir Nein Irgendwie nicht Bambamamba 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt kann es wieder mehr ja manchmal unterschiedliche das höchste was wir bekommen haben waren 48.000 also pro ladung 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 so ja fahr schnell durch wir wären kollidiert wie ein komet der zweimal einschlägt wir haben hitze hoch nur diesen sommer echt jetzt sonneneruption in wirklichkeit ja okay das wird ein schöner sommer hoffe ich ich meine durch durch die sonne sonnenwinde sonneneruption kann sein dass wir polarlichter sehen also sonnenmaximum ist dieses jahr ja das ist ja alle elf jahre ja 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 Vielen Dank. 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 Wow. Wow. Ja. Das ist absichtlich so. Du bist ein bisschen richtiger König, ne? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja... Ja... Ja, das glaube ich... Ja... Ich bin... Ja... 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 Das ist... Dann hörst du... Ich bin... Ja... 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 Läuft... Läuft... Ja... Ja... ... Muss im Radius gehen. So, Max, wir müssen auch mal gucken. Bei dem Feld. Da liegt immer noch Gras vom letzten Mal abmähen. Aber das ist... Das ist aber getrocknet. Das ist aber getrocknet. Das ist das Problem. Ja, das müssen wir vermengen mit dem trockenen Gras. Ein bisschen Schmuh machen, weißt du? Das muss da weg. Sonst kommst du da echt nicht klar. Bin eventuell ab morgen wieder da. Was? Du hilfst heute nicht mit? Was ist das denn? Das ist ja bodenlos. Ja, ist ja jetzt auch alles fertig. So, Max, wie ist das hier mit dem Düngen da? Oder hier? Da muss ich da wieder mit diesem Assi-Teil darüber, was so Ewigkeiten dauert. Steht jetzt wieder 75. Oh, ich habe wieder weniger Geld. So eine Assis. Ja, du drückst den Preis gerade ein bisschen. Ja. Na ja, kriege ich gar keine guten Preise mehr. Ich weiß nicht, ob das separat ist oder... Was er dann andere Preise anbietet, weiß ich nicht. Er hat sich das auch erledigt. Glaubst du, sind... Ist das alte Gras dann weg mit diesem Schwader da? Oder was das da ist? Ach so, mit diesem extra Schwader, meinst du? Ja, was ist das für ein Schwader? Das sind ja überall immer so eine kleinen Grashäufchen, weißt du? Ich glaube, ja, Düngen. Oh, gar keinen Bock, Alter. Das, was Robert gerade benutzt. Ja, aber damit mögst du das ja auch nur kurz zusammen, ne? Das... Und dann liegt das wieder auf einer Linie, dieser kleine Fleck da. Gibt es nicht irgendwas wie so eine Art Hake, was man hinterher zieht, um diesen ganzen Rest einzusammeln? Irgendwann, da nochmal extra diese ganzen kleinen Fusseln. Vor allen Dingen, die machen das ja nicht richtig zusammen. Das sieht ja überall nur so eine kleine Häufchen. Da musst du ja tausendmal fahren. Und hier mit diesem großen Mähwerk, was wir haben, da ist mir jetzt aufgefallen... Warte, ich lese gleich. Da ist mir gerade aufgefallen, dass wenn du drüber fährst, dass du mit einer Seite immer nur zu einem Drittel ins andere Feld reinfahren kannst oder solltest, weil du sonst wieder überall diese Fusseln liegen lässt. Das ist zwar cool, dass man dafür denn kein Schwader braucht, aber wenn man die ganze Breite von dem Mähwerk ausnutzt, dann lässt er immer überall Fusseln. Und das Problem ist, dass wenn du dann mit dieser Ballenmaschine drüber fährst, dann lässt er auch wieder Fusseln liegen. Weißt du? So, wir nehmen das komplette Feld ohne Schwader funktioniert vom Mähwerk und Schwader und das komplette Feld. Ja, ist ja richtig. Komme ich hier durch? Oh mein Gott. Oh nee. Bitte nicht. Ach so, du meinst beim nächsten Mal. Und dann holen wir uns einen Schwader und kloppen das alles zusammen, ne? Ja, das macht auch Sinn. Oh, ich raste hier gleich aus. Ey, wirklich. Ich wollte eine Abkürzung nehmen und hängt schon wieder fest. Hast du letztens schon gesagt, da war ich wahrscheinlich wieder nicht geistig anwesend. Ich nehme nie wieder eine Abkürzung, sag ich. Mit der Hose in der Hand, genau. Hey Max, wir haben die nächste Null erreicht. Also, ich will nicht sagen, aber ich glaube, dieses Mal hat das Feld ein bisschen über 700.000 gebraucht. Was machst du da? Musst du gegenfahren? Hängst du mal baumfest? Nicht nur am Baum, auch an so einem Beteilerkasten. Ja, da musst du da reinbullern. Ja, funktioniert nicht, habe ich gerade gemacht. Auch nicht von hinten? Nee, er geht ja genau dagegen. Wieso fährt man da durch? Oh, scheiße. Was? Ja, das ist nicht schlimm. Da kommst du wieder hoch. Oh, ja, hat funktioniert. Ja, keine Ahnung, dann muss ich das Ding zurücksetzen. Wie mache ich das? Weiß ich nicht. Okay. Oh, jetzt muss kein Mist. Extra dünn hat was gebracht, ja. Auf die Karte gehen, dann den Schwader markieren und dann zurücksetzen. Was ist das für ein Gerät? Wie heißt das Gerät? Schwader. Ich muss ja im Bild Sitz gucken, ne? Klaas Schwader. Geräte. Robert, da steht man wie im Chat. Achso. Die Karte gehen, dann den Schwader markieren und dann zurücksetzen. Also Escape. Ja. Geräte. Nee, Geräte war hier, ne? Nee. Dann auf den Schwader markieren. Eine Karte wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ja, ja. Escape, hab ich gesagt. Ja. Dann auf den Schwader gehen. Und dann muss er zurücksetzen stehen. Karte. Bin ich da? Nicht mal Max. Da wo, ja genau, da musst du stehen. Ja. Zurücksetzen. Da siehst du. Das ist denn nachher wieder auf dem Hof, ne? Also da beim Abholhof, ne? Guck doch auf die Karte. Ich will jetzt keine Scheiße bauen. Nicht, dass er jetzt weg ist, wenn ich zurücksetze. Nein. Zurücksetzen ist nicht verkaufen. Fahrzeug wurde auf dem Händler. Naja, beim Händler. Alles klar. Frage beantwortet? Ich fahr da nie wieder lang, sag ich. Ja, warum fährst du denn auch mit so einem Riesenschwader durch so eine... Ich hab... Durch den Busch hab ich nicht gesehen, dass da noch so ein Verteilerkasten, so ein Stromkasten steht. Das wusste ich nicht. Warum fährst du nicht einfach auf der Straße? Ja, weil ich doof bin. Das hast du gesagt. Ist das in England, oder? England? Aufmachen, Karte, spawnen es auf dem eigenen Hof. Ja, ist es aber nicht. Es ist ja hier. Hätte ich also auch auf dem eigenen Hof spawnen lassen können, okay. Egal. Ist ja nicht so weit weg. So, und jetzt fahr bitte normal, Robert. Mach nicht irgendeine Scheiße. Ja, und nicht nur dich, Max. Der Junge macht mich verrückt und mit seinen halbherzigen Lesen. Ja, sorry. Ist halt halbherzig. Aber wenigstens vergehen keine 10 Minuten, so wie sonst. Ja, stimmt. Dass du meine Nachricht liest. Ja, ja. Zwischendurch hab ich es einfach mal ausgeblendet. Das meinst du, wie oft ich schon den Stream beendet hab, weil du meine Nachrichten nicht gelesen hast? Lol. Ja, weil mir das echt zu blöd war. Du wolltest immer irgendwas wissen. Nee, das war gestern so, ja. Das war gestern so. Hm, das siehst du. Hat sich nichts geändert. Ja, na denn. Oh. Oh. Das war gestern so, ja. Was ist das für eine Festivallandschaft? Wieso? Ja, ist cool, ne? Wir haben richtig viel Platz jetzt. Wir haben uns ja vorher alles zugebaut. Jetzt haben wir... Wir haben uns hier richtig zugebaut. Jetzt ist wieder alles schön offen. Wir können hier richtig schön gut alles einparken. Das ist richtig nice. Das sind auch bestimmt mehr wie 500 Quadratmeter. Ja. Äh, wo hab ich den denn her? Da hinten wahrscheinlich, ne? ut, findest du? Ja. Wir können hier noch etwas aufbundernisieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Stark! Lasst euch rennen, warum? Du darfst gleich rennen, was hast du getan? Ob die die Scheißerei oder was? Ja, ja. Louis ist auf dem Weg. Ah ja. Äh... kaufen braucht du hast gemäht du hast geschwadert und jetzt machst du ball ja das ist krass wie viele bälle du hattest wir müssen vier mal hin und her fahren ich glaube du warst bestimmt sechs mal das reicht nicht ich habe gar nichts gemacht alles gut wir müssen es aber nicht vertiefen weiß ich weiß genau was ihr meint aber wir müssen es ja nicht vertiefen bitte nicht mal vorlesen wir haben darüber ja auch früher witze gemacht so ist es ja nicht wir sind wir sind ja auch nicht besser so ja ich muss ihn ausklappen sagt das doch einer ja ja genau war ja wirklich genau das war ja so jetzt haben wir wieder schön 10 km h wie es uns gefällt so zehn keine ahnung wie schnell fährt das ding ach du auch 17 das andere ding ist langsamer aber bergauf fährst du nicht so schnell ja das ist aber das ist ja für siegner ich meine bald ein trecker kleiner ach so du hast du einen dicken klopps dran der großen den großen das ist das ein 69er oder was fährst du magst was fährst du da klaus nein nein den großen ja ja aber wie viel ps was fährst du noch was sind das okay glaube ich der große klaus was kostet ich muss max fragen hat er gekauft ich habe gesagt ich will klaus ja kaufe ich dir also 350.000 oder was kostet also wie ich max kennen hat er wieder im angebot gekauft das kann durchaus sein ja müssen wir auch mal drauf achten und max kaufen radlader und verkauft ihn wieder ich hätte auch gern so einen großen radlader aber die sind teuer 200.000 er war leider nicht aus dem angebot naja also brenner 1000 gerade fahren bitte junge ja das kenne ich meine fresse und unsere und unsere line die ist ja doppelt so breit und doppelt so hoch und das ist nachher nervig denn das überall diese kleinen flecken interessiert mich auch gar nicht ja aber wenn die auf dem feld liegen ist es nicht so geil das ist ja quasi ich weiß nicht ob da trotzdem was wechseln er hat das was auf dem feld ist mache ich auch alles weg aber was außen ist interessiert mich nicht ja aber bei uns meine fresse kann ich heute nicht mehr fahren oder war es ja dann musst du nur antippen meine herren meine herren gesangswein junge sind das für eine scheiße gerade fahr ich finde scheiße gerade zurecht ist ja unfassbar bist du in der prüfung ja bist du da auch so gefahren rüber stein abgeben sag ich wieder mehr müllert rückst im kreis mir doch egal hab ich gar nicht gesagt hab ich mir nur gedacht aber bis ich verkaufe dauert das sowieso noch ja und dann muss das gehen und hier und da genau erst morgen kann ich ja verkaufen äh max ich hab keine Lust den Dreck zu düngen das dauert so lange alleine wie viele stufen von düngen gibt es hier kommt drauf an welche gülle du glöde oder was auch immer du benutzt welchen dünner kommt immer drauf an zwei dann haben wir anderthalb ich denke das heute nicht mehr du kriegst aber keinen hundertprozenter tag nee weil ich spure gleich vor und dann ist es gewachsen der ist wächst jetzt eh schon ach so das geht zwar noch aber am morgen ist er wieder fertig ja ey robert ich bin aber auch schon wieder seit heute vormittag hier drin das kann doch nicht sein dass ich hier jeden tag da so viele stunden abspure ja ich will auch noch was anderes spielen du musst ja nicht jeden tag spielen ja ich hab ja gestern auch nicht oder nee gestern warst du nicht da ich hab ja ich hab ja gestern gespielt mit jackie jackie und dem mackie håll dollar recaen mamma läiser mackie vor aber so gewinn heute 615 670.000 ungefähr das schmeckt ja der kredit zurückzahlen lasst sie mal ihre zinsen dann kommen sie näher wieder an wollen sie vielleicht noch mal kredit aufnehmen ja sie haben überzeitlich zurückgezahlt er sage ich nie lieber nicht denn er hätte die zinsen und außerdem warum damit ihr mit meinem geld arbeiten könnt nein so durch den richtigen job du weißt ja lieber geld zu hause als auf der bank aktuell ist das so ja naja obwohl die zinsen sind ja wieder gestiegen aber es kann sein dass sie bald wieder sinken es ist alles egal mit zinsen dachs und weiß der geier und gold ist mir alles total egal und gold ist gerade hoch und ist immer wieder bei der dachs fällt bitcoin ist auch gerade am steigen das ist mir egal scheiß auf bitcoin da hätte man vor zwölf jahren investieren müssen briggs musste investieren stell dir mal vor du warst wirklich so schlau und hast das gemacht damals wo er noch zehn euro oder so gekostet hat aber du hättest vorher wahrscheinlich schon verkauft weil du gedacht hättest der wird nicht noch weiter steigen man lässt sich da reinreden und vor allen dingen das war zu meiner zeit wo ich den kredit hatte fürs motorrad stell dir mal vor ich hätte das geld genommen und hätte da investiert du wärst erst millionär mehrfacher ja du hättest damals verkaufen müssen wo er bei 60.000 war vor drei jahren 64.000 oder was das war ja im peak ja alles verkaufen komplett ja dann ist abgestürzt auf 15.000 und big mac wurde gekündigt aber daran lags ja nicht das ist weil wegen was ja wer weiß wer weiß was es war aber big mac hat immer gesagt kaufen 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 und zack ist er gefallen ohne scheiße aber der ist ja trotzdem wieder gestiegen ja aber bis jetzt nur für 40.000 45.000 oder so ja aber er hat das ja damals gesagt gehabt wo er noch bei wo er noch bei 20.000 war daher hat er gesagt kauf mal ja ja dann hat montagobi nummer fünf bitcoins gekauft aber da er hat halt zu spät verkauft er hat glaube ich erst verkauft oder bitcoin da wieder gesunken ist auf 40.000 oder 30.000 das heißt er hat schon wieder er war ganz gut und hat man weiß ja nicht wann er wieder hoch runter geht deswegen er hätte paar millionen mehr rausgekriegt sagen wir mal so wenn er direkt bei dem peak bezahlt hätte er ausbezahlt hätte aber ist halt nicht so kannst du ja halt nicht aussuchen von von er fällt und von er steigt aber viele spekulieren schon dass er in zehn jahren bei einer million steht bevor das ding bei eine million steht ist die welt zugrunde gegangen ja fühle ich den kohle weil es nur idioten auf dieser welt gibt die nur an sich denken leider ja und ob bei youtube schon ganz groß werbung gemacht wird hier werbung für die leute die auswandern wollen alter wo ich mir denke bist du nicht ganz dicht oder was kleines propagandaschwein in zehn jahren haben wir kein euro mehr möglich ist es in zehn jahren in zwei jahren ort idee mag wieder zurück werden aber dann auch ungefähr so aber auch denn aber auch in den gleichen wert wie heute wie die wie heute der euro dafür konkurrieren können also nicht mehr wird ja das ist eher unwahrscheinlich viel mehr machst du deine kurse du machst du deine kurse an anfang machst du selber sagen wie viel wert dein produkt hat und um uns kaputt zu machen sagen die das ist so zu teuer ja dann musst du sagen ja dann leck mich dann geht doch nach china und kauft ihr da dann dreckigen mit dein 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 billigen müll weißt du fertig das eine aussage entweder du willst deutsche ingenieurskunst oder du willst so ein klappfahrrad massenprodukt wo sind der wo ist denn der verstehe ich warum sie manchmal schief ausgeworfen werden ballen das nervt und dann muss ich wieder so blöd ran fahren wo ist denn der rabelstapler keine ahnung wir haben zwei ja so steht er am shop was soll das er hätte eine steht immer am shop nee den hatte ich bei uns hingestellt wo wir den brauchen ich kaufe jetzt einfach ein ist mir egal tut mir leid naja der steht immer am shop dass der stand schon seit den hatten wir bei uns aufs feld gestellt was so ein frontlader solchen schweren max gleich so ja du hast auch geld reingebracht ja darum geht es ja nicht 37.000 ist das ding was ihr was hat denn hier sieht auch gut aus jung heinrich welcher öfter gibt es gibt es den auch in anderen rechtheit bodenlos ja also weiß ich nicht ich glaube nicht dass der 8,1 tonnen wiegt obwohl doch doch könnte hinkommen das ist jetzt auch schwer die was transportieren sollen oder vielleicht maximal nutzlast und eigentlich nichts anderes jung heinrich warum kauft ihr denn warum kaufen die so ein schnodderding 39.000 ist sein eigengewicht das aber wozu brauchen wir gabelstapler wenn wir das können wir nicht was für einen trecker kaufen ach nee wir haben wir nicht wir haben ja nur konnte man auf den fender auf den fender was dranladen ja ja aber sie doch nicht so aus ohne kacke max was verkaufen wir uns immer für komische fahrzeuge silo verdicht er was haben wir denn im angebot da hilft nur ein vierter dreck ich kaufe jetzt ein kabelstabler das ist das ja wichtig ich kauft den für 55 der ist gelb sieht gut aus grünen sind am besten oder hier oder diese diese raupe wenn man diese macht ja auch keinen sinn das kann man im schwader machen aber ich hätte ich gerne diese gruppe was hast du gesagt robert ich habe nicht zugehört was habe ich dann gesagt weiß ich nicht max was hat er gesagt halb sie bei nicht der fender ist sogar ein groß traktor diese kostet ihr bis 42.000 wir sind am besten ach man ich meine das doch nicht politisch ach du scheiße ja nicht politisch nicht politisch ein kompaktlader was hältst du davon jetzt war mir gefallen mein bruder max zum kompaktlader so new holland 4,4 tonnen 49.000 gut das ist eine raupe hol was soll was am besten findest okay dann würde ich mit da würde ich mit zwei holen so eine raupe und normalen das meinst du nicht ernst äh der ist voll geil aus geh mal rein da ruht an die arbeit doch acht aber der fährt nur 13 der andere sieht aber damit fahren wir ihn nur auf dem hauhof rum was kann er denn sachen geben 250.000 für den radlader was willst du denn damit machen was willst du damit transportieren ich weiß was du meinst die radlader von klaas 248.000 so ein end keine grenzen ja natürlich aber ich will jetzt nicht gleich wieder unter eine millionen rutschen gar kein wochen die scheiße die du letztens gekauft hast alter da kannst ein blatt papier mit anheben da kommt er schon an seine grenzen wir werden den roten trecker wahrscheinlich auch bald verkaufen und in einen grünen ersetzen wieso dat denn weil der nicht grün ist nein weil er nicht ziehen kann der soll ja nicht ziehen der soll ja nur hofarbeiten machen außer ist das doch gar die ihre er kostet 55.000 von jung heinrich das ist deutsch ne oder darf man das jetzt auch nicht mehr sagen ach leck mich doch am pappels ich kauf den jetzt kaufen gerne klar will ich den kaufen danke ich will mich da jetzt noch reinsetzen und schon ist er unter einer millionen eine bodenlose Frechheit oh der ist auch elektro das heißt wir sparen Sprit ja es ist ja schon alleine wenn du dich darüber unterhältst bist du rechts da musst du aufpassen schluss jetzt mit diesem thema gut gut jetzt ist der genauso was war das denn leck 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 da hast du es wieder geleckt das siehst du jetzt nicht vor nein oh ist das weit hätten wir unser Feld nicht beim Shop bauen können ich müsste doch gleich da sein ah ja du bist doch ein Arschloch ich hab gehört es gibt wieder neuen Honig 37 Paletten wer holt die eigentlich ab äh wieso wir haben richtig viel Honig holy shit also jedes mal wenn du eine Palette wegnimmst kommt eine neue ja ich wollte es aber auch das hat das ist geisteskrank viel musst du wegbringen kannst du ja auch so verkaufen bringt aber weniger das gute ist wir haben so einen geilen Stapler damit kannst du jetzt 25 Paletten von denen stapeln wow das ist crazy gefühlt ja aber du siehst es wirklich dass ihr also von einem Ballen zum anderen Ballen dauert es es ist deutlich der Weg deutlich länger deutlich länger bei euch es kommt gefühlt beide raus ja weil wir nicht schwadern unser Mähwerk ist so breit dass wir quasi das Doppelte abmähen wie du ihr habt ja auch mehr Ertragsbonus wir haben bloß 74% nein das hat damit nichts zu tun habe ich wieder einen Strich liegen lassen ein bisschen ja ihr seid einfach besser ist okay ihr seid einfach besser wer sollt das denn euer Landwirt läuft besser als bei uns aber das ist aber auch nur weil wir zu faul sind zu dünn ganz schöne Bodenwellen hier Max wieder nicht ordentlich gebaut unser Baumeister Max was ist da los bin kurz weg alles klar bis gleich mach die vorm Acker ja tatsächlich tatsächlich das passt sogar er soll mal lieber auf dem Acker kommen ein bisschen ein bisschen Rasen mähen achso ne erst morgen kann er ja ja hast du hier gleich völlig aus wenn du einmal schiefkommst bist du schießt dann kommst du so aus dem konzept schief denkt schief denkt ja den hätte ich gern absolute op maschine die wird es glaube ich auch nicht mehr geben den gab es ja nur bei clan wars damals sind sind Was sind denn Frontmaschinen? Was machen die? Weg! Er ist schon wieder da. War wirklich ganz kurz. Was gibt es denn hier für Frontmaschinen? Was ist das denn? Was machen die? Geil. Ich geh doch mal hier drauf. Was ist denn hier? Wie wäre es das? Hä? Ist der dumm? Warte mal. Sind das die Anhänger jetzt? Hat er keine mehr oder was? Ich geh doch keinen mehr raus. Für Abfall habe ich mich liegen lassen. Bin ich jetzt bescheuert? Wo sind denn die Anhänger? Du musst P drücken und dann auf Anhänger gehen. Ja. Sind die? Was? Ach da, weil ich zu weit unten war. Machen wir dich dumm. Da sind sie. Mist. Dinger, Dünger und Bühne. Und da halt. Ah da, ganz oben. Tatsächlich. Nee, ich wollte noch was anderes. Ich habe nochmal einen Anhänger gekauft. Nee, ich spritze halt. Ja. Interessiert, ne? Haben wir, ob es auch schmeckt. Äh, lol. Wir hatten hier Dünger bestellt und liegen gelassen. Ich bin der Trecker, Mike. Ich kann gut Trecker fahren. Hast du gehört, Max? Ich habe jetzt nochmal einen Hänger gekauft, ne? Wieder voll im Unkosten gespürzt. Nö. Aber wir brauchen das ja doppelt. Ist er normal? Doppelt. Nur am Geld ausgehen. Ja, das stimmt. Aber er hat auch Geld reingebracht. Aber 150.000 für ein Haus irgendwo hinten aufs Feld stellen, ne? Echt jetzt? Einfach ein Haus? Ja. Ja, voll. Und ihr da? Gemeinsam? Ja, da kannst du einstellen, ob du schlafen gehen willst oder nicht. Nein. Und das ist das, was ihr hier gestern hattet. Nee, vorgestern. Ach so, das meint... Ach, das war's. Wenn wir da reingehen und sagen, wir wollen schlafen gehen, dann überschläfst du quasi die Nacht und wachst morgens wieder auf. Aber du verlierst nichts. Die Tiere haben nicht mehr Hunger oder so. Ja, doch, wahrscheinlich. Aber dann musst du nicht die ganze Nacht warten, bis es wieder hell ist. Ja, fühle ich. Max, warum steht dann Trecker eigentlich hier drüben? Soldat. Wollte mal den Robert machen. Ah ja. Hatte schon nur Angst, dass... Was hast du erleben? Ich schon wieder... Du liest schon wieder nur Dünnpfiff, ne? Ich rede wieder, ich lese mir Dünnpfiff, genau. Einfach nicht hinhören, wenn ich die vorlese. Oh, den Trecker hört sich aber schön an, wenn man ihn anmacht. Ah, Grünanlagenpflege. Was ist das? Max, wie heißt das Ding, womit wir gedüngt haben? Was ist das? Dünger, Streuer, Spritzer, Güllefässer... Ein Mulcher? Wie sah das Ding denn aus? War das so eine Art Walze, ne? Aber... Die ist es nicht, ne? Bei Grünanlagenpflege, das Letzte... Grünanlagenpflege... Ja... Oh, die ist ja gar nicht so... Feuer. Aber den noch konfigurieren? Wie denn? Was gibt's dafür? Ach, kein Zeug. Oh, was ist das denn? Sämaschine? Können wir da mit draufpacken? Was macht das? Die Sämaschine. Können wir da extra nochmal Rasen ansehen mit? Also mit Beipacken? Hä? Okay, aber es sieht cool aus. War mit so viel Blau. Jetzt ist Rot bei. Kaufe ich. Komisch. Guck auch. Warum ist der erste Ballen erst hier? Bin doch auch da an der Mitte. Ach nee, ach, war ich ja... Quergefahren? War ich gleich zweimal gekauft, ne? Gut. Einmal quergefahren. Ich hoffe, du meckerst nicht. Aufklappen, Robert. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Das meinte ich nicht. Ich hab mich gewundert, warum hier neben keiner ist. Hier, dass der erste ist. Weil, ab da hab ich doch einen... Ach so, weil der erste dauert ja immer am längsten, ne? Weil da sind ja... Es steckt ja... Der erste bleibt ja noch drin. Denn erst wenn der dritte rauskommt, spuckt er den ersten raus. Deswegen ist hier nichts. Ja, ich hab's verstanden. Ja, 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 genau, genau. Das, was du schreibst. Oh, Max, unsere Halle fühlt sich. Das, was du schreibst, Max, genau das meinte ich. Bin doch selber draufgekommen. Da muss ich mal... Da muss ich zu Hause gleich mal gucken. Was man damit machen kann. Weil man soll da ja wohl irgendwas reinmachen können. Wahrscheinlich extra Dünger oder so. Vielleicht wächst es denn schneller. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Oh nein, hier fliegen. Ah, Grashalme. Scheiße. Oh, wie geil. Mach ich nächstes Jahr weg. Bei mir so egal. Also, ich versuch sag, auch mal. Von der, wo du und so aufgeregt. Leise sie gleiche rauskommen. TOě LIS bedrooms. bastard, dass du Hund und so nicht selden? Tö bitte nicht. Nichts? Tö Yeah, ey Max, unser Hof füllt sich. Ich bin so müde, ey. Ich bin wieder ins Bett. Was ist denn los mit dir? So spannend hier, der Stream. Ach so. Ja. Dummes Zeug gequatscht, ne? Genau. Hier liegt übrigens immer noch Saatgut. Ist der erste um 8. Korrekt. So warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache, ich will mal gucken, was das macht hier. Was macht das? So viel Schlaf tut auch nicht gut. Das sag ich dir. Manchmal ist man voll übermüdet und zu lange schläft. Kann man da Gras reinmachen? Oder Dünger. Dünger. Was machen wir da für Düngereien? Aber das macht doch... Was macht das denn? Warte mal, ich will mal gucken. So. Was kann ich denn da machen? Was kann ich denn da machen? Walze aufgaben? Saat wählen. Gras. Genau. Das kannst du umstellen. Hallo. Ölrettich. Was macht Ölrettich? Weiß ich nicht. Auch nicht. Kann ich das im Shop kaufen, Gras? Ja, ne? Ne. Das hört sich immer an. Wollen. Im Coffee Shop kannst du's kaufen, ja. Extraertrag. Extraertrag. Was heißt denn Extraertrag? Über 100% oder was? Rettich kann man untergrubbern. Extraertrag. So, aber es ist ja auf dieser Maschine drauf. Au. Ich höre. Weidetrauben. Gras. Pakete. Ich will ja keine Pakete. Wie macht man denn Rettich? Winter. Getreide. Auswählen. Achso. Dann zeigt er das an. Das sehe ich ja nicht. Das weiß ich nicht, sagt er. Flüssigdünger? Was ist denn Rettich? Ist das flüssig? Rettich ist das nicht irgendein... Ja. Setzlinge. Was ist das denn hier? Mineralfutter. Flüssigdünger. Was... Was brauchen wir denn dafür? 2.000 Liter. Reude. Gras. Ja, für Gras. Was ist denn jetzt hier? Rettich hat normale Samen. Ah, ja, okay. Dann sind das ja... Und der Big Packs, ne? Gibt es nicht. Saatgut. Big Packs Paletten, Big Packs, Paletten, Ballen. Wo ist... Wo ist denn... Saatgut? Big Packs. Saatgut. Das ist ja nur... Ach, hier ist Saatgut. 1.000 Liter. Wie viele brauchen wir davon? Glaub ich da mal so eine ganze Palette bestellen? Wird ja nicht schlecht, ne? Achso, Anzahl. Kann nur 8? Was soll das? 8.000 Liter. Eine halbe Palette gibt's, glaube ich. Nicht. Nicht! Achso. 8.000 Liter. Konfiguration kostet 5.600 und warum sagt er mir hier Gesamtpreis 4.000, 6.400? Ist das mit Mehrwertsteuer oder was? Oh, ich hab mal 16.000 Liter bestellt. Ist das okay? 16.000? Ja. Robert, darf ich mir mal euren Sattelschlepper... Na klar. Wichtig ist bloß immer... ...Dolt bringen. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Wir leihen uns ja bei euch auch immer den Hänger aus. Wir bringen auch... Ja, wir haben jetzt... Wir haben jetzt zwei davon. Alles gut. Achso, ich muss noch ein... ...Dings noch bestellen. Wieso 16.000 Liter? Ist doch nicht viel. Ich glaube, er findet das nicht so gut. Ach, das kam doch bloß 12.000. Ist okay. Ich weiß gar nicht, was er hat. Er tut ja so, als wenn ich das Geld hier in Scharen ausgebe. Ich bin nur produktiv, Max. Produktiv. Ja. Ich kaufe neue Maschinen. Wenn mir das alles geiler wird. Und wir noch mehr Ertrag haben. Ist doch okay, oder nicht? Jetzt brauche ich erstmal Sattelschlepper. So, LKW. Sattelschlepper. Komm her hier. Eure Geräte stehen aber auch dicht zusammen. Ja, die haben wir extra so hingestellt. Das sieht cool aus. So schön im Rodell, weißt du? Was habt ihr denn da ein Schweine... ...Transport oder was? Äh, nee, das ist... Ja, auch, auch. Aber hauptsächlich wegen unseren Kühen, die wir verkauft haben. Ach so. Mhm. Ich will auch so einen Sattelschlepper haben. Der kostet 80.000. Ach, das geht auch noch. Äh, Peanuts. Oh! Kuss übers Feld, gar nicht schlimm. Ah, unser Hof füllt sich. Sieht schön aus. Kommt da gleich noch was dazu. Magst du gerade total am Start zweifeln? Er gibt die ganze Kohle aus. Nein, ich habe nicht viel ausgegeben. 180.000 bis jetzt erst. Ne. Ah, vorbeigefahren. Ach, Max Mann. Es gibt leider nicht mein Lieblings-Lkw von früher. Ja, gut. Anderes. LS, ne? So. 16 Stück. Ja, ist doch okay. Hoffentlich kann der das ja auch jetzt transportation. Ich finde es eben sagenhaft, wirklich. Wie viele Marken es hier in diesem Spiel gibt. Das muss ja unglaublich viel Geld gebracht haben. Also für die Firmen. Die kriegen ja Geld dafür oder sie bezahlen Geld, weil, wie auch immer. Weil ja, ist ja nichts kostenlos, ne? Ne. Oh, da hinten ist ja auch was. Nichts ist kostenlos. Nicht mal nichts ist kostenlos. Nicht mal nichts ist kostenlos. Nicht mal die Luft zum Atmen. Ne. Kostig alle Steuern. Ja. Hätte ich doch mal einen Radlader gekauft. Max? Nein. Die Frage war jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Weil es braucht für alle Marken Lizenzen. Deswegen war Don Deer lange Zeit nicht mit drin. Aha, okay. Interessant. Ja, findest du? Ja, findest du? Oh, hängen geblieben. Man kennt ihn, ne? Ja, was soll es auch noch große Veränderungen geben? Das ist halt dasselbe Spiel. Es gibt ja auch keine neuen Geräte, weißt du? Also, ich kann schon verstehen, warum sie gar nicht viel verändern können. An den, an diesen, äh, Landschaftssimulator. Was soll sich auch schon groß verändern? Landschaftssimulator, das ist immer neu. Aber jedes Jahr gibt es einen neuen FIFA-Teil, wo Milliarden ausgegeben werden. Ach, weil die auch bescheuert sind. Ja, das ist so dumm. Die da FIFA reinpayen. Ja, ja, ja. Viren ist ja okay, aber da reinpayen, ey. Ja. Das kannst du, das hast du hier aber bei Landschaftssimulator nicht, weil... Was gibt's denn Neues? Vielleicht gibt's da eine oder zwei neue Gerätschaften. Das war's denn auch schon. Ach, du würdest Realismus sehr gut finden? Ja, ich fühl schon den Call, aber es ist zu krass. Ich, ich, ich würde hier nicht alles eins zu eins umsetzen, wie die Wirklichkeit ist. Guck mal, alleine die Gelage hier, die, äh, ist unendlich und kostet kein Geld. Das wäre in Wirklichkeit nicht so, logischerweise. Wir müssten jedes Mal zurückfahren, neu aufladen, weil das ist ja ruckzuck leer. Ja. 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 Ja, genau, es ist eine Simulation, das darf man nicht vergessen. So ist es. Weiß ja nicht umsonst so, ne? Simulator. Du kannst halt nicht alles umsetzen, das geht nicht. Aber es ist schon ein cooles Spiel, muss man schon sagen. Es ist schon ein cooles Spiel. Man ist wirklich manchmal in der Sucht gefangen. Alles klar, viel Spaß. Ich versteh das hier nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange es besetzt ist. Anscheinend bist du ja noch da, ne? Was denn? Ja, er muss auf Klo, aber ist gerade besetzt. Schon wieder? Ja. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Ja, Mann, wenn ich mir nicht bestand. Ja, Mann. Das ist ja auch echt richtig, ne? Macht das so. Wie lange bist du es denn nicht? Ja. Ja, Mann. Einfach mal aushalten, weißt du? Ich musste einmal so übel pinkeln, wo ich hier beim Fußballspiel war, wo Matthias mich eingeladen hat. Ich musste so dringend pinkeln und wir mussten noch ungefähr drei Kilometer zu Fuß gehen. Ich musste schon am Anfang so gehen. Ich bin fast explodiert. Ich kenne das, wo ich aus Wolfsburg wiederkam. Mit ihr. Da musste ich in... Weiß ich gar nicht, worüber wir gefahren sind. Aber ich musste Autobahn gefühlt zwei Stunden pinkeln. Ich wäre beinahe verreckt. Das glaube ich, ja. Was war denn? Ist das ein Stau oder hast du nicht Bescheid gesagt? Nee, wir wollten schnell nach Hause. Ich habe nichts gesagt. Boah, ui. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mal ab durch da, ne? Oh je, oh je, oh je. Jetzt sind noch mal Raststädte. Guck mal, Wolfsburg, da fährst du ja auch ein ganzes Ende, ne? Oh ja. Wenn es nur pinkelnd wäre, hätte ich nicht solche Probleme. Ja. Der braune Ton, man kennt ihn. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein, jetzt habe ich ihn da abgeladen. Wie kriege ich ihn da wieder weg? Da muss was rauskränkig am Ende passieren. Wie sieht man nicht mal? LOL. Oh, NG. Ja, alles klar. Dann viel Spaß. Was? Ruhe schaffen. Wie kriege ich den da jetzt raus? Meine Fresse nochmal. Oh, ich könnte schon wieder kotzen, ne? Kann auch wieder nur mir passieren. Ja, Chili brennt immer zweimal. Ich weiß nicht, ich habe mich mal mit dem Halbgott unterhalten und der sagte, es kann noch dreimal brennen. Halbgott? Ja. 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 Okay. Ich weiß nicht, dass er die Liga vert digital ist. Was? Ich weiß nicht, dass er sich in der Hose hat therapist werden. Ich weiß nicht, dass er nicht so richtig ist. Ich weiß nicht, dass er nicht so richtig ist. Was ist so richtig Essig einstellen? ich weiß ja nicht was ihr sagt aber ich glaube das ist ganz schön viel dünger naja samen nicht dünner so ok der wohl nehmen und zwar beide nebeneinander aber die wird er wohl nehmen aufreichend nie wieder durch vielleicht ein bisschen übertrieben aber er ist ok sieht gut aus nur ein bisschen wird man muss dazu sagen du hast aber mehr eingebracht als du heute ausgegeben hast ja na klar ja also hat es nicht so schlimm ich kann ja sagen wir ganz kurz zeigen und du möchtest warte muss das erst mal alles sichern was das schlug er gar nicht mehr sauber aber ewig gedauert bis jetzt hat er so wie weniger geld ausgegeben ja ja stimmt bis jetzt aber er ist gerade in kauflaune alles für den hof alles für den hofer wieder alles im griff wo bist du wo so hofe ich fahr gerade ein und ich komme mir das gleiche angucken also hast du getan haben sie getan herr miller ob man gabelstaubler ich habe die doch festgemacht oder so eine kacke wusste wenn man kriegt das mit diesem rückwärts waren irgendwann jetzt hätte ich jetzt hätte ich gern radlader nur wegen so einer kacke ich habe mich so angestrengt aber jetzt einzeln nach hause ist mir egal jetzt gleich hier drüben du brauchst fünf minuten zum einparken ja was dagegen aha wenn ich gerade bei euren hof ja da bist du perfekt nicht perfekt sehr sehr gut das wollte eigentlich mit drei dreck er wenn du zu zweit seid das macht ja auch wenig sinn ja war im angebot hast du ach du scheiße jetzt sehe ich was passiert ist hast du nicht angeschnallt doch junge willst du die nicht hier raufpacken in stadt statt ja geht noch geht noch geht noch hoch packt sie mal lieber hier rauf das macht langsam so sehr langsam fahren so ich spüre schon mal vor obwohl ne dann wird es dunkel brauchst du hier noch licht ne licht am fahrrad ja du hast doch licht am fahrrad aber du siehst ja trotzdem nix ne nicht dass sie umkippen oder können die nicht umkippen doch denke ja ja nein 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 oh mein gott jetzt kommt noch ein fett sagt das wirklich im wahrsten sinne ist wirklich einer ja und dreckigen ich will den dann nehme ich den und davor jetzt geht doch da rein ist das geil das ist wie komi die gerade ey ja ja kommt nach dem zweiten für den für den ansporn in den anderen rein hängen natürlich ich geb ich den runter ich da ist keine dings da kannst du nicht hinstellen das ist mir egal ich fahre langsam ok kannst du auch von der anderen seite kommen ne ja ja das ist besser nein ja damit ich hier anschneiden kann er musste aber wirklich sehr langsam fahren ne ja die waren alle angeschnallt komischerweise ja wirklich ja 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 du musst von der anderen seite kommen kann ja sonst einmal wenden aber das macht keinen sinn dann fällt ja wieder runter naja lass mal wie schnell bist du denn gefahren nicht so schnell das ding ist so schnell umgekippt ich geh mal silage machen so ich esse das brauche ich vorne gewicht nö eigentlich nicht silage quatsch silage machen was erzähl ich vorspulen vorspulen was ist hier los was ist hier los was ist hier los hey mexien morgen ich dachte du wolltest die haja ich habe jetzt schmerzen so eingeschissen die chili nuggets von vollen hallelujah die haben mehr pfeffer im nachhinein als wenn man sie ist was ist kann ich nicht ist das nicht immer so ne also so echt jemand kann man jetzt echt die anschauen aber alle nachhaltig ich fühle mich wie in den Poppes-Gibnissen oh jetzt liege ich auf der Seite hohe die hohe 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 ich fahrgleich wie bei GTA einfach nie tanke ist so ich will es hoffen ich lasse es mir so egal lass den scheißer die liegen können überhalten er kaufte auch hier 100 Pakete der Dünn weiß nicht wie die fetter Fehler du alles ansehen willst ja das ist nur so klein da hinten die kann man immer so Stück für Stück einfach da so nachfüllen ich möchte dir nicht sagen aber in den Tagen von dem Teil hier passen 250 Kino oder Liter ja und wie viel Liter hast du gekauft 12.000? 16 ja Prost Mahlzeit ja was denn ich verstehe das Problem nicht ne ich sehe das Problem gerade im Stream ja ja da liegt es Gabelstapler der auf der Seite liegt und 27 Säcke sagt gut ist mir egal ich habe einen eigenen Stapler hier ne Kacke ist das der von den Händler der Gabelstapler der Marabu der Marabu der macht das Arschloch auf den Zug eieieiei was war das ey das war kein Chili das muss irgendwas anderes gewesen sein was die mir da unterjubelt haben ne geht das nicht höher? das ist ja schon eine Straftat lool lool die Gabel geht nicht höher ach Müller oh ein schmutz alter den lässt du alleine und es geht alle schief so geht die Gabel nicht höher was sind das für ein Piss oder hat er irgendeine scheiße geguckt das waren wir so klar 9 9 Tonnen ist ja ok aber zum Glück ist mir sowas noch nicht passiert nein noch nie das ist ja zwar alles was ich gekauft habe immer direkt von Anfang an richtig gut hm ich verkaufe den sofort wieder das bringt uns nichts mein Frontlader wollte er nicht haben der war ja nicht gut genug tak Fahrzeuge hallo wo sind unsere Fahrzeuge das ist auch ein Schlüsselhörer nicht es ist kein Objekt auf dieser Seite bist du lost alter Mann was soll das ey ich krieg die Scheiß nicht raus alter leu ich hab so nen Scheiß genau zwischen Mund also so im Rachenbereich alter ach so ja das kenn ich das ist so abartig das ist so abartig muss was trinken und versuch mal versuch mal äh äh Brot oder so zu essen Toastbrot das hilft meistens wie sehe ich denn unsere Autos die haben uns heute bei Kaufland unseren Eingrufen angeklaut Hallo Fragestellung Fragestellung Hörn Fragestellung 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 hey nimm sie Bezeuge nimm sie bitte das Gerät hey nimm sie bitte das Gerät nimm sie bitte das Gerät nimm nimm aber der kommt ja auch nicht so hoch ne mhm mhm ah der Radlader ich hole gleich nen Radlader aber der kommt auch nicht so hoch ne dann leidet doch einen aus mhm 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 aufgestellt irgendwie weil ich weiß nicht was du hörst du willst du das aufgestellt du wirst du Kriste aufgestellt Kriste Kriste warte sag mal die Kruste mhm die Kruste ja genau Kruste die Kruste genau das meinte ich kann man den ja nicht konfigurieren die Eichel Kruste ja den Schäfer gibt's da auch Eichel Kruste Müller ne die Mühlen Kruste ich bin vorhautlos vorhaut ah deswegen hast du keine Eichel oder was also jetzt reicht's haben sie Eichelchen mit weggeschnitten ah die haben sie eh nicht mehr gebraucht oder nö ab kein Problem schneiden sie euch ab ist wieder ein Gramm weniger an meinem Körper so ey wer so sagt dass man lang nicht fertig wird na ich mal ansatzweise so und Teleskoplade ne was damit ist der gut weiss ich nicht wieso zeigt er weißt du das nicht na das freu mich auch der Gärt 0% so ich spiel jetzt vor ne ne Robert so brauchst du mir gar nicht kommen doch ne das ist nicht in Ordnung das ist völlig in Ordnung weißt du Robert mhm nicht so 1% Robert 2% ich miete den mal kurz 3% äh miete den bitte erst wenn er aufhört die Zeit vorzunehmen genau ich spule grad vor mach mal jetzt noch nicht ne ne ist zu spät ist zu spät ja dann halt dich kurz an in den Ohr ist gefickt wie lange brauchst du ich gucke 30 Minuten ich will noch was gucken ne halbe Stunde ja äh jetzt ist es dunkel was ist da los wie geht denn das hier ich hab noch Taschenlampe gedrückt B ne Taschenlampe war nicht T ne das war F F Miller betritt den Server hä wieso warst du raus du hast T gedrückt für Shit Robert achso stimmt 15 uhr 36 war das guten Morgen liebe Sorge ja guten Morgen ja guten Morgen da werden wir beim Thema lesen ja so schnell kann es gehen nie ich glaube es ist Liebe während ich im Köken bin leckt sie meinen Schnabel was ist da los kannst du nachher mieten ich kaufe den ach du kaufst den ach gut dann kann ich vor schuld ne verkaufen muss man kurz nach den links gucken alles was kaufen wir nicht wir sind richtige Käufer ist eben wirklich so ja Miller behalt die Angebote in den Augen jetzt kommen nämlich neue wenn er die Zeit vorspult ja 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 noch nichts hast noch nichts hä ist der Sack weg hast du den Sack mitgenommen von den Hühnern ok die haben doch genug Essen Nahrung 11.500 100% Gesundheit Nahrung so gehts gut ja ganz sicher hier ist der umgedreht so katz uiuiuiuiuiuiui 42% kacke im nacken nackig kacken robert was ist da los was denn 50% 51 warum dauert es schon wieder so lange war ist das da los war ist das hier los war ist das hier los frage ich mich auch warte ich kann ja auch so machen hoppy hoppy playtime es ist so wunderschön so wunderschön große nachfrage bei fett und green ist old bei fett beat richtig fette nachfrage guck mal oben rechts ja was ist da eine große nachfrage wir haben gerne die zahl interessant 999 ja da haben wir irgendwie so ein talent für letztens war es 666 das sind die ganzen dinger die linie gar nicht weit weg vom hof vielleicht hättest du dir im porsche sein der 300 fährt aber das ding kann wenigstens was heben no wahrscheinlich sein eigenes heck und das machst du jetzt auch mit der maus mit der maus mach mit der maus gar nichts das ding musst du mit der maus steuern muss ich gar nicht doch ich bin nämlich mit controller 100% lügen darf man nicht sagen es schneit schon wieder ja ja das sagen die kokse bei unserer arbeit auch immer ja aber diesmal bleibt der schnee nicht liegen wieso war das denn liegen geblieben vor ein paar stunden wir haben das ausgestellt ja ich fand das toll das ist ja auch an sich ganz lustig ja aber man sieht nichts man sieht nicht wo man war aber steffi hat ja auch den motorstart wieder ausgemacht was mich übelst aufregt ich finde das gut mich steuert das nämlich auch ja mich macht das richtig aggressiv das macht mir dann überhaupt keinen spaß dann alter weil jedes mal wenn man das fahrzeug wechselt musst du jedes mal selbst wenn du nur für eine sekunde aussteigst warten bis das scheiß auto wieder gestartet ist du kannst nicht ausrasten hä? das sobald du aussteigst ist dir die scheiß Karre aus guck mal schön ne ja wunderschön Achtung 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 ich weiß was er denn den kann geil ne der kommt schon ganz schön weit hinten hoch gerade ja der scheiß mani tu endlich mal was ordentliches hier zum transportieren der frechheit wer hat denn die in den schlachsagen verteilt so dann wollen wir mal gucken wie die preise sind ne robert du brauchst jetzt gar nicht anfangen doch das ist eine absolute frechheit was du hier machst hä? was hab ich denn gemacht ja genau das achso reicht jetzt wieder oder? ok beurtigung wollte ich nicht ja ist eingeloppt alles gut set bei dem ding macht das auch sinn von vorne im stapler zu sitzen dann siehst du ja alles hast du ja schon mal hinten in einem stapler gewinnen? nö echt nö ne ich mein du siehst jetzt was wo du einfädeln willst dann musst du den link durch die lasche ziehen stark 45.000 mit der kleinen kurve ganz nah umdrehen da scheint sofort ein pfeil und dann drückst du dann drauf sind die beine auf ach ne sieht gut aus ne für neo ich finde es ist ein sehr interessantes gesprächsthema meine damen und herren das rad ich hab nur drauf gewartet in dem moment wo ich gerade damen und herren gesagt habe dachte ich so oh oh wir kommen gleich wieder um die ecke ja ja das rad oder wie man bei den neuen modernen sagen würde kann es sein dass du dumm bist oder sowas ja oh alter durch den back geleckt ist die scheiße abgeflogen ich kann mich auch nicht mehr zu tun ach ne ach ne wie kommst dass du jetzt doch noch hier bist du wolltest doch higher du wolltest doch higher lange weile du musst aber schlafen ja da schlafen wir alle genug krypto mining ja da das wollte ich früher auch mal machen aber dann wusste ich dass es zu viel Energieverbrauch krypto mining simulator es gibt einen simulator dafür ja das ist so viel da heißt nicht dafür gibt es einen simulator dafür hey klar gibt es ein spiel davon nein ja lol seit dem 1.26.23 ach du scheiße warum machen sie es denn nicht in wirklichkeit und dann lieber ins spiel hier ist ja gerade am angebot für 1 euro 19 nein das ist nicht dein ernst das ist ja völlig billig kann man ja mal machen ne ja kommen wir direkt aber machen für guten kumpel hm also wer kommt es mir jetzt äh bernd unser hund gleichheit bernd bernd kann mir am arsch lecken der war jetzt mal weg wie heißt euer Hund eigentlich jetzt ich hab's vergessen aber auch Euro und kommt der nicht immer zu uns über stütz und mit unseren Hund spielen das war sehen wir es mehr da wie euer Engel hehehe n 1 1 es ist so das ist so die sind also diese Ahnung dritter in den Wendungen das wird wenn sie ja da wird sich jetzt alle ändern egal ob du hier bist und nicht ja das bleibt alles so wie es ist ja brauchst du den schnauze andreas junger man kennt ihn an die legende junge legende am besten sind wir noch karsten stein die nachmachen von weiter kennt ihr den typen von tiktok den immer nach macht es ist so geil da mein name ist carsten stahl ich habe nichts gegen kosten schau ich auch nicht jedenfalls nichts effektiv ist aber der hat ja so eine verarsche gemacht ach doch einer dass noch einer fährt der erste so im moment hier oder so bin ich gerade frisch aus der disco gekommen wenn letztens auch hat mich darauf geachtet bin ich in die cd gestiegen dann haben sie gesagt ja du brauchst ein extra ticket du kannst dich am arsch lecken du fährst ja zurück aber pronto alles so ne dinge alter so nach dem motto alle haben angst vor ihm und so das ist so geil der macht es so geil mein namen ist gar steil fahrüber auf andere leistungsau google sie mal mein namen und meiner lücken die beste freundin deren vater kennt den persönlich ja die grünen auch ab und zu überwiegend nur bekannt geworden durch sein sein antimobbing lektiv steister damals ich mag den was er da gemacht hat sein mann ja ist denn die scheiße privat denn ich steil war dann nicht auch mal bei den amis oder so hat er sowas gemacht lieber arm dran als am ab was ist denn hier der scheiß bleibst du blöd hast du das leben seit da brauchst du sagen wieso geht sie von alleine an und 45.000 in meiner tisch und ich muss ja wieder hier ich habe ja wieder videos verpasst udo udo macbook der mann der durch die untereuse atmet höhn gepflegt durch ein schlimmer atmet ja ne aber kann doch mal passen udo macbook youtube premium im jahrestarif ja ja ne ist klar ich bezahl 140 euro für den jahrestarif wer nutzt denn youtube premium ich habe es mal eine zeit lang genutzt weil ich den promo abo genutzt habe und ich war so dolly ich habe auf dem handy ist es sinnvoll deswegen hatte ich sechs monate oder so premium auf dem handy ist es sinnvoll aber selbst die regierung und alle alle möglichen sagen äh bitte benutzt ein adblocker bei youtube sagen alle ich würde jetzt nicht sagen dass wir das unbedingt machen müssen aber wenn sogar zugegeben dass du ein adblocker bist nein ich benutze kein ich benutze kein ich habe und ich habe video ist jetzt gerade on stream gezeigt nein ich habe ich habe es nur gesagt dass dass selbst die regierung sagt dass man einen benutzen sollte ich hoffe bei dir steht das fbi jetzt gleich vor der tür nein ich benutze keine adblocker wieso nicht weil ich keinen brauche weil er Angst hat ich lehne einfach cookies ab richtig ja und was soll die kaufhalter dazu sagen was verkaufen die dann äh andere kekse ich lehne cookies an andere kekse ich hätte gerne einmal eine packung andere kekse ja was wollen sie ja nicht die aus dem internet ich möchte richtige so mal sehen ob wir alles mitbekommen naja also jetzt noch nicht oder nachher erst ich muss ja nochmal fahren insgesamt viermal fahren müssen wir bei unseren befeld ungedüngt also nur ertrag von 73 prozent nein nimm den doch nein nimm den doch so 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 3 4 4 5 6 so 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 unfassbar so 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 aso so 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 also so until Man hat nicht oft sowas Großes unterm Arsch Ja Manitou Können Daruert, kennt sie einen Mutip? Nein Nein Hab nichts gehört wieder irgend so ein ballermann hit? ballermann hit? ey sag mal du hast auch schon mal dead bei daylight gespielt du meinst arsi? naja huntress lalabai die mit den von der huntress mit den echsen bei uns heißt die habe ich liebe diese frau bei mir heißt wir haben die spiele muss ich immer ihr lied mit zum ja ja wir hassen sie weil wir spielen immer wir spielen immer gegen sie aber weißt du was die sache ist? huntress wenn du also huntress ist wirklich nur ein assi gegner wenn du eine gute huntress als gegner hast sonst hast du echt gute karten weil huntress musst du spielen können gerade auch das echte werfen und sowas wann wirfst du echte? echte wirfst du zum beispiel wenn einer eine palette schmeißt wenn einer über eine palette rutscht in ein fenster rein springt und alles ohne sachen dann wirfst du eine axt direkt und daher ansonsten macht das gar keinen sinn ja ja ich habe noch nie killer gespielt außer mal kill your friends ich spielte immer nur überlebender warum hast du eigentlich noch nie mit uns mitgespielt weil ich dieses spiel nie wieder anrühre so Ende der letzten zeit ist vorbei die kann gar nicht vorbeigeben das ist eine sucht oh doch ne 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 Schade. So, mit ein S und Doppel-O. Hab dich, ich kann nicht mehr. Oh nein, der Ton. Der Ton war ihm weg. Ich krieg die Kurve gerade nicht. Ja, das hab ich mir gedacht. Robert kriegt die Kurve nicht. Wer lässt denn auch dieses scheiß Tor hier offen, Mann? Robert, wie fährst du denn heute? Wer zum Teufel lässt dieses Tor offen? Das ist so dumm. Dass ich einfach weghauen kann. Nein, das ist so dumm. Dieses Tor muss weg. Wer lässt das Tor denn offen? Nimmt er die Kurve falsch? Das ist so schlimm. Nimmt er die Kurve falsch? Das ist der Baum schuld. Ich habe nie gesagt, dass der Baum schuld war. Und die Kurve falsch ist der Stromkasten schuld. Ja. Jetzt reicht's Robert. Alle sind schuld, nur ich nicht. Ja. Gib mir jetzt die Kohle her. Was ist das denn? Drück die Kohle raus. Noch mal 46.000. Stark. Das Ding ist so geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, dass sie sich gefreut haben. Ich freue mich, dass sie sich freuen konnten. Dass sie euch gefreut hat. Das reicht auch für heute. Freut mich. Das reicht für heute, sage ich. Genug Geld verdient. Schon schon lange. Schon lange. Ja, 180.000 verdient. Das ist gar nichts. Mir reicht schon. Alleine. Alleine wohlgemerkt. Ja. Die anderen waren nicht da. Jetzt darf ich auch mal Geld ausgeben. Oh, das gibt Ärger. Oh, der wird voll gut. Was, du darfst auch Geld ausgeben bei euch. Ja, ich glaub das ja auch. Richtig. Ist das ja auch nützlich. Ah, ja. Alter, dieser... Ich liebe... Ich liebe diesen Teil, Alter. Ich liebe dich. Ich guck Müller nicht auf die Finger und Müller guck mir nicht auf die Finger. Ja. Ab letztes zum Beispiel habe ich mir so einen kleinen Buggy ausgeliehen, was du ja gesehen hast. Und wenn damit ein bisschen nicht die Ding gefällt. Ja, ich hab mich gesehen, ja. Alter, das Ding. Hast du das gesehen, Minder? Im Stream? Ja, ja, ja. Ey. Das sage ich auch nichts. Das ist ja auch cool. Ey, das war so geil. Hast du gesehen, wie ich mir Dingens eingeladen habe? Oh, ich bin falsch gefahren. Ey, ich hab da nicht komplett geguckt. Hätte da lang fahren können. Aber weißt du, was ich den anderen noch nicht verraten habe? Ja. Dass ich den da mit 3.000 Euro geklaut habe. Wie sind das denn? Was? Das waren die Sachen, die ich verkauft habe. Man ging nur uns aufs Konto. Oh, das ist nicht gut. Ja, 3.000. Die 3.000. 3.000. Das werden sie mal hier nicht. Ey, 3.000, ey. Pass mal auf, ja? Es reicht. Von wem habt ihr die Kaltfresser? Äh. 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 Der Gabelstapel steht ja immer noch hier. Ja, was ich ablenken jetzt hier. Der liegt immer noch da. Ja. Wenn da stehen würde, wär gut. Alter, guck dir das mal an. Das ist so geil. Okay. Ich bin ja mein, ich hab das die letzten 3 Stunden schon einmal gehört. Ich bin total zufrieden mit dem Teil. Beste Investition heute. Bist du eigentlich zufrieden damit, oder? Du nicht. Du nicht. Du nicht. Warum geht das nicht? Du nicht. Ich will das auch einfach nur hier ran stellen. Danke. jetzt 20 27 4 38 4 33 muss ich ausschneiden muss ja nicht schneiden kannst du einfach nur piepen nein du verstehst das nicht ich muss das schneiden hierbei bei twitch also dass da gibt es kein piepen und dann lade ich es hoch also jetzt ist doch hier auch mal gut mit einem scheiße lass mich doch mal hier raus jetzt bringe ich den laster zurück ja sehr gut und ich werd mal den guck mal robert der ist geil weiß nicht wo du gerade bist wo du gerade drin gesessen hast mit dem stapler ja jetzt lang ja ja da kannst du übelst viele sachen mitmachen hoch runter vor zurück die gabel bewegen links rechts die gabel größer kleiner richtig geil ach so das ding was ich dachte so her so ein ding haben wir doch ich wusste gar nicht was er meint ich wusste gar nicht dass die verzögerung nein nein ich dachte ich dachte ich dachte mir so das ding haben wir doch selber das meinst du saßt es gerade in den trecker ich dachte so ok ok wir reden nicht drüber so ich versuche jetzt ich versuche jetzt noch unseren gabelstapler zurückzusetzen dafür lieben wir ihn ja ich bin rein du kannst sofort zurück hoch runter bla bla machen und er dreht sich so die ganze zeit mit dem trecker an der kamera und so ja du saßt da drin das sah so aus halt oder max oder gibt es gibt es gibt es einen großen anhänger für den trecker ja nur mit dolly ist auch nicht so cool so jetzt befülle ich einmal die maschine da brauchst du nur rückwärts anfangen nee du musst hoch machen weil er sagt weil er sagt das ist wie bei den hühnern ja was hast du wieder für eine scheiße gekauft hey das ist geil er kauft in so einer hässlichen säcke jetzt reicht ja was denn sonst jedes mal wenn ich die maschine aufhören will der money tour in die hände nehmen wir brauchen ein silo silo was wir nicht alles brauchen silo silo habt ihr schon mit finsch gehört mit seinem angeblichen one night stand mit katja das war wie eine promo für ein video wahrscheinlich musik video schwache leistung ja okay das kennen wir ja von leo mascher und sowas alles okay man sollte vielleicht nicht finsch mit leo mascher vergleichen naja mit verarschungsvideos habe mit verarschungsvideos meine ich naja es ist halt war das jetzt eure oder war das unser was der gabelstapler das ist euer das ist euer oder welchen meinst du ne ne geht der hier auf der straße lag ach so den könnt ihr behalten aber du mal kurz ran rohrt auf dem hintern man die tue das ist auch man die tue siehste hä komm ich hier nicht lang ey ich rutsche lol na toll ach so weil die schere so weit unten ist ich komme mit der steuerung nicht klar ja mache ich das jetzt wie völlig dass da ein du musst direkt mit dem mit dem komischen gelben loch unten über der öffnung sein ich kann da ja schon machen die luke ist ja schon aufgegangen bist du da drüber ja dann musst du in trecker rein und dann ach so das geht nur mit trecker glaube ja so doppelt aber muss schon sagen also der john deere ist schon soundtechnisch ne granate ja wenn der an wenn du ihn anmachst das ist doch hier ist mal schon sonnen so eine reiz nachkriegen so ganz alleine heute auf unseren dorf unseren dorf und sein 880.000 verdient weder sind ging es heute nicht so gut zumindest steffi nicht und ja hat spaß gemacht jetzt habe ich den falschen knopf gedrückt ich wollte gerade abmodulieren und drückt den falschen knopf schneidt gerade hoffe ich schneide ich noch mal in real life meine ich hoffe es wird langsam wärmer in diesem sinne sehen wir uns das nächste mal wieder schau mit v wieder schauen und rein jaun wir machen jetzt hier 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 Vielen Dank.